Die Ausbildungsinhalte in meinem Studium Elektroinformationstechnik sind hauptsächlich Elektronik, Elektrotechnik, Planung und Automatisierung. In meiner Praxisphase habe ich zum Beispiel auch Schaltpläne entwickelt und geändert und das war für Produktionsanlagen wichtig. Das Interessante ist, dass man beim dualen Studium in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt ist. Man durchläuft verschiedene Entwicklungsabteilungen und Produktionsabteilungen. Damals habe ich mich für das duale Studium entschieden, da ich sehr technikinteressiert bin und ich das super finde, dass man die gelernten Inhalte auch gleich bei der Arbeit anwenden kann. Also ehrlich gesagt war mein schönster Moment schon beim Einstellungsgespräch, dass wirklich auf die einzelnen Personen eingegangen und das nicht nur auf Noten, sondern auch auf den Charakter geschaut wird. Wenn ich gerade nicht an meinem Arbeitsplatz bin, dann bin ich in der Mittagspause mit den anderen Azubis oder Kollegen in der Kantine, wo das Essen auch super lecker ist. Spannend, Freude und Teamwork. Spannend, Freude und Teamwork. Spielkrank. Untertitelung des ZDF, 2020